Leute, ich bin zurück aus dem Urlaub und wir legen heute los und machen wieder weiter mit Edelring und jumpen rein ins Spiel. Ach du Scheiße, was hier passiert. Nikola! Ah, Nikola Star guckt, er rettet. Also, ich bin zurück aus dem Urlaub und ich habe kurz vor Abreise noch mal ein bisschen, nicht gestreamt, aber ein bisschen gezockt. Habe aber nicht wirklich was, ja was krasses gemacht, außer, ihr seht es schon, eventuell die ein oder andere Waffe noch mal hochgelevelt. Einfach, weil ich Bock hatte. Auch, ich wechsle ja ständig die Waffen und dann ist folgendes passiert, Leute. Dann ist folgendes passiert, ich bin also irgendwo, ich bin jetzt, ich bin irgendwo langgelaufen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ich glaube, hier war es. Von den Morthrunes und habe gedacht, war ich eigentlich schon hier so im Gebiet? Habe ich hier eigentlich schon alles entdeckt? Und dann bin ich, wo bin ich dann gelandet? Irgendwo und dann war da plötzlich ein riesengroßer roter Bär. Und der hatte auch einen Namen, The Red Bear of, keine Ahnung, was. Und dann ging es halt auch direkt los und ich habe ihn halt direkt im First Try, wie ihr mich kennt, direkt umgeballert. Und den Kampf habe ich halt nicht recorded, weil der halt offline quasi stattgefunden hat. Und dafür möchte ich mich an der Stelle auch noch mal entschuldigen. Ich habe aber tatsächlich auch schon wieder vergessen, wo es war. Was war denn hier noch mal? Da war die Krabbe. Ja, so ein großer roter Bär, Papa Bär. Ich habe vergessen, wie der heißt. Aber der hat auf jeden Fall einen Bossbalken. Und, ähm... Dann hatte ich festgestellt, ich hatte noch ein oder zwei Shadowtree-Fragments rumliegen. Also die lagen einfach... Hier war, glaube ich, einer, den ich gar nicht eingesammelt habe. Also man sieht eben doch immer, man reitet dann noch mal durch alte, vermeintlich alte Landschaften. Und entdeckt eben doch immer noch Sachen. Was war hier noch mal? Nix. Ja, hier war ich ja. So, warum habe ich diese komische Mütze auf? Ich habe gehört, es ist ja auch ein neuer Patch, während ich im Urlaub war, erschienen. Und, ähm... Ich habe gehört, sie haben die, äh... Ich habe gelesen... Die Handkantenschläge verbessert. Was ganz nice ist. Und, glaube ich, generell viele Waffen gebufft. Ich habe jetzt den Patch gerade nicht auswendig, aber ich meine... Es wurde einiges gebufft, gerade auch so was, ähm... Stance, also Poise Damage angeht. Was ich sehr cool finde. Tatsächlich. Weil mich das ja auch die ganze Zeit abgefuckt hat, dass im DLC, dass du fast nichts mehr staggern kannst. Ähm... Milady wurde gebufft. Milady wurde gebufft? Das ist natürlich nice, weil es meine absolute Lieblingswaffe ist. Aber okay, also... Ähm... Ich glaube hier tatsächlich... Weiß ich jetzt gerade nicht. Das hier weiß ich gerade nicht. Aber wo wir aufgehört haben, war hier. Ich muss jetzt endlich mal ins Gewächshaus. Da war ich noch nicht. Ich lasse mich immer vom Weg abbringen. Wir waren nämlich, ich glaube... Wir haben als letztes gemacht... Ich weiß noch gar nicht, ob der Teil auf YouTube erschienen ist. Aber im Stream haben wir auf jeden Fall als letztes gemacht. Hier das Bereich, das Schamanendorf. Das Wunderschöne. Und sind dann hier so über den Rückweg. Plonk, 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 plonk. Hier nochmal in diese... In diesen Turm rein. Wo oben ein NPC war, mit dem ich nicht interagieren konnte. Also da war irgendwas. Aber ich konnte auf jeden Fall nicht interagieren. Genauso wie wir hier an diesen beiden Fingerruinen noch nicht interagieren können. Also das sind auf jeden Fall noch offene Stellen. Dann natürlich hier... Ähm... Der Vulkan, wo wahrscheinlich der Drache Bail auf mich wartet. Da muss man jetzt kein allzu großer Prophet sein. Ähm... Und ansonsten würde es natürlich weitergehen hier. Bei Mesma im Shadowkeep sind wir natürlich weiter. Das haben wir zum Glück hinter uns. Den Nerv-Boss. Ja. Das ist so die To-Do. Das ist so die To-Do-Liste. Irgendwelche Tipps für Gaius. Ich verzweifle total an dem. Ja, du kannst dir ja mal so meinen letzten Kampf angucken, wie ich den gemacht hab. Also ich hab's mit Staggern gemacht. Lion's Claw tatsächlich. Nimm dir ne schöne Bonk-Waffe. Und dann versuch den, äh... Zwei-Drei-Mal mit Lion's Claw zu staggern. Und ansonsten das Timing zu finden. Der macht, glaub ich, ne Vierer- oder Fünfer-Kombo. Also Vier-Mal, Fünf-Mal rollen. Sich nicht zu schade sein. Auch die sechste oder siebte Ausweichrolle zu machen. Ja, ansonsten, ähm... Wie bei allen Bossen. Man muss sie halt leider... Ich bin ja auch kein Fan davon. Aber man muss sie halt auswendig lernen. Die Zeiten von Super-Mario-Bossen, wo du dir die anguckst. Und während des Kampfes lernst, wie sie gehen. Und dann sogar beim ersten Mal schaffst, weil du das gecheckt hast. Die sind vorbei. Die wenigsten Bosse wird man hier... Also die richtigen krassen Bosse wird man hier... Beim ersten Mal legen. Oder beim zehnten. Man muss es halt... Als mindestens ohne Aschen... Ich habe schon fast alle wichtigen Bosse gelegt. Naja gut, also Mesmer habe ich auf jeden Fall noch nicht gelegt. So, wir testen jetzt mal die neuen. Wer schießt denn hier? Da. 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 Die sind ja eigentlich dumm. Warum schießen die auf mich? Die sind ja eigentlich nicht, wer ich bin. Oh. Alter. What the fuck? Das war aber knapp. Junge. Junge. Du Fickschnitzel. Ey, man weiß halt auch gar nicht, was man so denken soll. Ich habe mittlerweile viele Videos tatsächlich gesehen oder auch viel gelesen. Und es gibt halt echt so viele Bosse, wo die Leute sagen, boah, das ist der schwerste Bock. Da habe ich keinen Bock mehr gehabt, weiterzuspielen. Ähm, das hat keinen Bock mehr gemacht. Was ist los mit FromSoft und dies, das. Und dann liest man zu den gleichen Bossen. Ja, hier ist mein Video, wie ich den gemacht habe. Ähm, mit einem Finger. Level 1. No Damage. Also es ist, ähm, was spricht ja eigentlich fürs Spiel, dass die erst übermächtig erscheinen, aber mit dem richtigen Wissen und dem richtigen Skill man jeden Boss auch irgendwie, ähm, fertig machen kann. Und dann gibt es natürlich die üblichen, ja, hier, so habe ich Radar mit einem Schlag gekillt Builds. Also es gibt irgendwie alles zwischen, ich musste hier 20 Stunden trainieren, bis ich habe ihn gewonshottet. Ist so irgendwie wieder mal alles dabei. Was würde gut tun für meinen Kanal? Ich bin gespannt, was im Gewächshaus ist, Leute. Nimmt ja eine prominente Stelle in der Karte ein hier. Das sieht mir schon danach aus, als ob das, äh, als ob dieser Eingang bewacht wird. Hm. Könnte, muss aber nicht. Was ist denn eigentlich für komische Talismänner da? Das ist ja auch nicht mehr ganz adäquat. Okay, wir machen mal hier. Was ist denn hier? Nicht extra Health, ist doch Quatsch. Könnten. Wo ist denn der Verprügel? Der hier, oder? Kicking and Stomping Skills. Den schon, den schon. Ansonsten. Ja, man kann auf Defensive gehen. Ich lag gar nicht so falsch damit, das Gewächshaus zu nennen. Guck mal hier. Alles zugewachsen. Wie mein Pool. Wir gehen rein, komm. Cathedral of Manus Metyr. Manus Metyr. Matter. Manus Matter. Oh, da ist Bonfire. Das heißt, hier ist kein Gegner. Aber warum? Wie? Wie? Okay. Ich spiele offensichtlich gerade online, auch gut zu wissen. Das hat sich doch angehört, als ob sich da was geöffnet hat. Oder bilde ich mir das ein? Das hörte sich so an. Das ist halt der Nachteil an diesem Shackles, dass du nicht genau siehst, wo sich eventuell was verändert hat. Das ist halt der Nachteil. Ich trau der Sache hier noch nicht. Das ist halt der Nachteil. Das ist halt der Nachteil. Hier wurde gekämpft. Die Blutspuren sind noch frisch. Er ist Ymir. Ich habe das Gefühl, den hätte ich schon viel früher treffen müssen. Das ist wahrscheinlich der Nachteil. Ja, ich weiß was das ist. A simple old map, faded and dirty acquired from Count Ymir High Priest indicates the location of Hallowed Rune. Wir wissen genau, wo wir das benutzen müssen. Das ist halt der Nachteil. Das ist halt der Nachteil. Das ist halt der Nachteil. Das ist gesagt, dass nach dem Blut von der Nachteil, der Nachteil wird von den Stahls. Ich möchte nur ein Wettbewerb sein, um diejenigen, die für ihre Wettbewerbe zu kämpfen. Ich bin nicht falsch, oder? Ich kann es sehen, in deinen Augen. Du bist ein Wettbewerb, nicht wahr? Du bist nicht? Hier ist etwas, was ich dir gegeben habe. Oh, warum? Ich weiß das Gefühl. Die Wettbewerb sind nichts, wenn nicht ravenös für die Macht. Für die Wahrheit. Hm. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal in Videos gesehen. Damit kann man geil Angriffen ausweichen. Wie viel braucht man dafür? 26? Ah, 10. Sowieso gekauft werden. Ich bin ein Glintstone-Sorcerer. Wir studieren die Sternen, und examen die Leben in der Mitte. Bist du mit unseren Erfahrungen kennenzulernen? Seitdem, wir begonnen als Stardust, born aus einer großen Struktur, weit über die Welt. Wir, auch, sind Kinder der größte Willen. Ist das nicht divine? Ist das nicht sublime? Und noch niemand kann seine Implikationen und seine wirkliche Brillanz. Oh, ja. Geht bitte deinen Fuß um die Kirche. Du würdest nicht den kleinen Buben hören. Den kleinen Buben. Okay, erstmal muss ich hier jetzt mal einen anderen Helm. Also diese Bären-Dingen. Das geht nicht klar. Brauchen wir was anderes Cooleres. Ist auch immer eine Frage von Style einfach. Hm. Die ist halt auch schon einfach geil, die Rüstung von Rachhaza. Und dann nehmen wir hier. Uch. Ach, wo hast du denn die Pantoffeln? Hier. Das sieht schon, das sieht ja schon stimmig aus. Und dann sind wir jetzt wahrscheinlich Fat Roll. Ja. Zwei Bonks. Aber auch nicht so viel. Wir können... Dafür könnten wir zum Beispiel... hier. So, welchen Boy sollen wir jetzt nicht umhauen? Aus Versehen. Wer ist der Boy? Boy. Go fetch some arrows, boy. Dad. I don't want to. You do as you're told, boy. Ist das der Boy? Aber man kann hier gar nicht schlagen. Dad. You didn't have to fetch arrows when you weren't my age. I don't want to talk about it, boy. I don't want to talk about it, boy. Now do as you're told. Did you have a good relationship to your dad? My dad is Odin. So, no. Now go fetch some arrows, boy. Ich sehe hier keinen kleinen Jungen. Ich habe das übersehen, Leute. Hier vielleicht. Hier vielleicht. Aber deshalb zocke ich das offline. Nein, diese ganzen dummen Joke-Messages nerven einfach nur. Also ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Das ist ein Totenkopf. Ich hoffe, das war nicht dein Sohn. Sorry. Wo kommen die ganzen Bloodstains her? Ne, das Ding hier. Ah, da steht einer. Guck mal. Hä, wie konnte ich den denn übersehen, Alter? Das Rüstungsset sieht fucking geil aus. Muss ich mal sagen. Okay. Hey, Lady Bitch Ray. Ein Friedhof, aber wir können hier nicht kämpfen. Was soll das hier? Ist das nur Lore? Ist das nur Story? Ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Nein, ich gehe mal hier. Ich gehe mal hier. Ah ok, hier ist wieder so ein, wie heißt es, ihr wisst schon was ich meine. Ah ok, scheiße, die nervt, die sind so nervig ey, ah was haben wir hier, Starlight Schad, ernsthaft? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Grafik ist schlechter geworden, oder bilde ich mir das nur ein. Oh, hier geht es hoch. Mit dem Reiniger, richtig gut von mir, schlau. Alter. Ah. 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 Wu. Ja, muss man natürlich besser machen. Bisschen übermütig war das. Man kann ihn natürlich auch einfach umhauen. Ohne Spiränzchen. Und dann dessen. Gut. So. 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 Okay, also hier scheint Oh, okay Mal holen jetzt Glinting Nail haben wir auch schon Das wichtigste ist, dass wir hier von ihm hier also das Item gekriegt haben mit dem wir die Glocken bei diesen Fingertempeln läuten können, das werden wir jetzt natürlich gleich machen und gucken was passiert Leider gibt der Online-Modus ja auch immer schon ein bisschen Also offensichtlich wird ja noch gekämpft, da waren ja überall rote Blutflecken Warten wir es mal Foreshadowing Wir müssen natürlich einmal um die Kirche rum alles abchecken Fuck, ich dachte er ist down So, jetzt sind wir einmal Einmal quasi im Kreis Geh mal zur Gnade und lass es Nacht werden Oh Oh, Shadow Dream Blessing Guck mal Wie nice ist das denn? Ich habe mich einfach nicht eingesetzt Okay, äh Was habt ihr gesagt? Ich soll Nacht werden? Ich war doch Es war doch gerade Nacht als ich da war Reviörobat Reviörobat Oh, meine Poor thing Another bad dream, Yuri What, that rotten thing out of your mind? That tangled mess can't hurt you? Neue Sprachoption Bei Nacht Oh mein Gott, guck dir das an Der hat eine Babyhand Und ich habe ihn dabei erwischt Das würde ihn sauer machen Und deshalb hat er gesagt Ich soll aufpassen, wo ich hintrete Damit ich nicht auf seine Hand Trete Interessant Interessant Versteht ihr? Wegen Hand Lasst mich Okay, wir sind einmal drumherum Ich weiß jetzt nicht Ich bin jetzt eigentlich zu den Händen Zu diesen Glocken Ich bin mir nicht sicher Was ich da unten schon war Ich weiß nur, dass ich diese Dummen Skelettbogenschützen nicht mag Oder generell Oh, da haben wir ein Lavaltyr Nice Immer gern gesehen Zum Umskillen Hätte man trotzdem Meiner Meinung nach Im DLC einfach auch Als Shop-Item Anbieten können, oder? Come on Es ist das Ende von Elden Ring Es ist der DLC Lass uns so oft umskillen Wie wir wollen What the fuck Und genauso die letzten Upgrade-Steine kaufen Von mir aus als Belohnung Für den allerletzten Boss-Fight Oder so Aber lass doch am Ende Uns alles machen I'm a ride or what? Maul Ich schlag ihn Jesus Christ Ich hasse Reitkampf Wieso triffst du denn nicht? Alter Guck mal Ich schläg 1000 Mal über den Falsch Ich piss Larventränen Mittlerweile Da muss man zum Arzt gehen Alter Das ist doch nicht gesund Ich höre was Oha Hä? Hab ich eine Höhle gehört? Was ist hier los? 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 Ash of War, Carrion Sovereignity. Damit verzaubert man seine Waffe? Sehe ich das richtig? Das ist eine Ash of War, das ist keine Magie. Interessant. Das ist kein Zauberspruch, das ist eine Ash of War, das heißt die können wir benutzen. Ja, okay. Hier scheint nichts mehr zu sein. Da sind wir hoch, da sind wir rein. Ich würde sagen, wie kommen wir am besten dahin? Wir müssen wohl oder übel. Ja, geht nicht anders. Es gibt keinen Bonfire direkt da dran. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir da einigermaßen durch die Sniper durchkommen. Ich habe nämlich keinen Bock, hier jetzt gegen alle zu kämpfen. Das habe ich alles schon hinter mir und hier gibt es eh nichts zu entdecken. Aber der straighte Weg ist nicht immer der beste. Trotzdem geben wir ihn. hat ein bisschen was von unendliche Geschichte hier, finde ich. Ich konnte es nicht. Da ist schon der erste Homing Ficker. Ich bin fast da. Guck. Okay Leute, ich bin aufgeregt. Was wird hier passieren? Der bläst da rein und kriegt ein Item? Crimson Sea Talisman. Das ist ja mega nice. Das ist die verbesserte Variante von dem. Alter, das ist ein richtig starker Talisman, Leute. Der ist schon stark, aber das ist richtig nice. Ich sage euch auch warum. Lustigerweise, guck mal, dass der auch mehr Equip Load verursacht, weil es ist ja auch offensichtlich ein größeres Medaillon. Aber der hier gibt dir mehr Health pro Estus Schluck. Das heißt, der gibt noch mehr Health pro Estus Schluck. Was auf gut Deutsch bedeutet, du verwendest viel weniger Estus. Und das ist einfach schon ziemlich stark einfach. Es ist quasi wie eine künstliche Erhöhung der Estus Flasks. Auf Kosten eines Slots natürlich, aber das ist schon auf jeden Fall ein wichtiger, vor allem für Bosse. Das ist schon ein geiler Talisman auf jeden Fall. Aber sonst passiert nichts? Also du saugst da einfach nur ein Item raus oder was? Ich hätte jetzt gedacht, hier öffnet sich ein Portal oder irgendwas, dies, das. Aber okay. Heißt das, wir gehen jetzt direkt zurück zu Johnny Emer? Oh. Es wird geschossen. Oh. Es wird geschossen. dieses Ding geben für den anderen Fingertempel. Okay. Ist ja gut. Halt die Schnauze. So. Oh. There you are. The exalted tomb of the bells reached these ears of mine. Gracious, the starry sky is wondrous tonight indeed. Only your fate shines brighter. Now these are for you. Runes map 2nd. Beloved Stardust. Think nothing of it. I have made my decision to be of hell. May the gleaming stars guide you evermore. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the earth tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. They were each of them defective. Unhinged from the start. Marika herself. And the fingers that guided her. And this is what troubles me. No matter our efforts. If the roots are rotten. Then we have little recourse. Ever young Mikula saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted. His roots mired in madness. A tragedy if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything. When the blame lay squarely with the mother. Guck. Neue Zauber. Glintstone nail. Glintstone nail. Fires a shattering magic nail. Das sind glaube ich die Zauber von diesen Viechern da, ne? Glintstone nails. Okay. Kaufen wir natürlich der Vollständigkeit halber, wenn wir natürlich nie benutzen. Ich mach irgendwann mal ein Mage build. Na gut, wir wissen ja eh wo es ist. A talisman depicting a wizened hand gently gripping a glintstone. Shortens casting speed for sorcery and incantations by the utmost. But increases damage taken. Auch ein starker Talisman für Zauberer. Deshalb haben wir da auch nochmal so ein Stardust Dings gefunden. Oh, hello. May the gleaming start. Okay. Dann müssen wir jetzt hier hin. Und das ist auch ein richtiges Kackegebiet. Plus, ich weiß nicht wie man hier in diese Höhle reinkommt. Aber, wir müssen von hier hin. Und der Weg ist auch nicht so leicht. Aber wir sollten es hinkriegen. Ich lege nur... Zack, zack, zack. Vielleicht. So, da kommen wir nämlich nicht runter. Aber da könnten wir... oder? Schaffe ich den Sprung auf den? Ne, das ist zu weit, ne? In der Zeit, in der ich eine Abkürzung, so hätte ich ja immer den normalen Weg gehen können. Ich bin nur, ich will nichtverläutern, ich will nicht, das wir nicht haben, zu verstehen. So. Ich will nämlich wieder von den Laser Aliens gesnipet werden. Da sind sie schon scheiße. Ah, ihr Drecksäcke. Kriegt mich niemals. Jesus, das sind aber auch eklige... Jetzt kommste, ne? Boah, das war knapp. Ich bin fast da. Jesus! Oh, diesmal hat er nicht gegrabbt? Das schaffen die sonst nie. Normalerweise klappt das nicht. Also, bei denen. Ach, come on! Man macht genau die Hälfte trotzdem Amulett. Alter. Das ist ja krass. Also, wir merken, genau halben Energieball kriege ich zurück, wenn ich das Amulett anziehe. Sprich ja nicht gerade für die Estus Flask. Cerulean zieht okay nochmal das gleiche für die Zauberflasche. Hm. Braucht man eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Weil der Mana-Balken ist natürlich eh nicht so groß. Aber gut, ich weiß nicht. Vielleicht als Mage. Wenn du da so einen riesen Mana-Balken hast. So wie Gandalf. Ja, dafür war das gesamte Gebiet, oder was? Naja, gut. Ja. Ihr dürft gleich mal was spoilen, Leute. So, passt mal auf. Ich habe jetzt gar nicht mehr so Bock auf die Bonks. Ich werde euch gleich etwas fragen. Und dann dürft ihr das sagen, wenn ihr das wisst. Ach, ich habe so viele tolle Waffen. Ähm. Die haben auch Rakajas Great Katana haben sie gebufft. Was ich toll finde. Weil. Ich würde es direkt mal ausprobieren. Das hier ist jetzt viel schneller. Man sieht es direkt. Merkt es direkt. Das war ein großes Problem. Habe ich auch schon, als ich das erste Mal schon gespielt habe vor dem Patch. Der Move war zu langsam. Also auch die Initiierungsphase mit dem Stampfer davor war fast unbrauchbar. Also ich rede jetzt nur vom PvE. Im PvP wahrscheinlich ist auch immer noch unbrauchbar. Aber jetzt ist es auf jeden Fall schon mal ein bisschen angenehmer. Finde ich gut. Mein Katana ist größer als Deins. Wir wissen beide, ich werde deine Rüstung tragen. In unseren Augen. Die einzige Star auf dem Black Canvas der Nacht. Unsere Gespräche mit dem Count, hat uns über die Star-Draped-Sky. Wir wissen, dass wir nicht nachher kommen können. Aber wir können auf seine Brillanz. Und auf seine Gelegenheit. Wir werden niemals wieder verlieren unsere Weg in der Nacht. Ich habe viel zu viel gesprochen. Ich habe mir keine Angst. Lass uns auf unseren gemeinsamen Ziel. Unsere Service, um Count Ymir zu kassieren. Durch die Rüstung kassiere ich mehr Schaden? Welche? Die von ihr? Oder die, die ich jetzt anhabe? Also die, die ich jetzt anhabe auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich habe gehört, dass du ein Geräusch ist. Ich habe gehört, dass du ein Geräusch ist. Das ist einfach ausreichend. Ich muss sagen, dass die Star-Draped-Sky sind. Die Star-Draped-Sky sind heute Abend. Aber das ist sicher, dass es kein Schaden ist. Auf der anderen Seite ist, dass ich das eine kassierende Kassier ist. Die Star-Draped-Sky sind heute Abend. Ruins map 3rd? Was? May you join the glimmering stars above. Das sieht doch aus wie das Gewächshaus. Hä? Wäre das dann hier? Oder bilde ich mir das ein? Dass man das auch nicht noch vergrößern kann, oder? Warte. Nee. Das ist das Gebäude hier auf jeden Fall. Das muss... Es könnte hier drunter sein. Das könnte hier drunter sein. Es ist auf jeden Fall dieses Gebäude. Es ist safe dieses Gebäude. Das sieht man einfach. Das sieht aus wie so ein Schraubschlüssel. Aber wo ist da... Dann muss es ja drunter sein. Dann muss es hier unten drunter sein. Jetzt ist die Frage, vielleicht kann dieser NPC mir da weiterhelfen jetzt? Oder... Es gibt irgendwo noch einen Eingang, den ich noch nicht gesehen habe. Nach unten. Oder... Oder... Ja, das sind schon die Andeutungen. Ja, das sind schon die Andeutungen. Die Andeutungen sind nur nicht vergrößern. Die Finger sind aber nicht vergrößern. Die Begriffe in ihrem eigenen Recht. Wir alle brauchen eine Mutter. Wir nicht? Eine neue Mutter. Eine wirkliche Mutter, die nicht zu mehr Maladie geben wird. Aus dem Geheimdienst. 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 Also, ich sag mal meine Vermutung. Wir wissen auf jeden Fall die Location. Wir wissen nur nicht, wie wir sie... Also, entweder musst du es irgendwie erscheinen lassen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das da irgendwie in dem Wasser da noch irgendwie erscheint. Ähm... Die Area sieht einfach so aus, als könnte da was aus dem Boden kommen oder so. Ich hab ja gedacht, ein Boss, aber... Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass hier in diesem Areal dieser kreisrunde See irgendwie da... Hier... Warte mal, ist es auf der Map? Ja, es ist quasi... Ja, es wäre wirklich genau hier quasi, würde ich sagen. Vielleicht muss man es nur erscheinen lassen. Und da ist der Hinweis... Was sagt er? May you join the glimmering stars above. Above. Das heißt... Wahrscheinlich müssen wir Nacht machen, oder? Damit wir die Sterne sehen. Wäre meine Vermutung anders. Wüsste ich jetzt nicht... Und dann könnte ich mir vorstellen, dass da so Finger rausrafft. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und muss einfach einen Höhleneingang finden, der dich irgendwie unter die Kirche bringt oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber ich probiere jetzt erstmal das Erste. Wir machen erstmal auf Nacht. Und gucken, was passiert. Ob was passiert. Und gucken, was passiert. Ob was passiert. Wie war das? Und zwar muss ich immer nochmal... Dransetzen, glaube ich. Damit es auch... Weiß zumindest immer, damit die... Dummen... Bosse da immer erschienen sind. Jetzt bin ich gespannt. Es sind natürlich überhaupt keine Sterne. Doch, es ist ein Mond. Es ist Nacht. Ja. Das ist halt das Problem. Es muss ja irgendwie getriggert werden. Hm. Was mach ich falsch? Habe ich noch ein Item? Habe ich noch ein Item? Hm. Hm. Until Morning. Das macht eigentlich keinen Sinn. Der redet die ganze Zeit von Nacht und Starr. Nacht und Starr. Aber ich probiere es einfach. Oh. 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 Verdammt. Das check ich nicht. Okay, irgendwas check ich nicht. Was check ich denn nicht? Vielleicht ist es nicht maßstabgetreu. Was ist, wenn diese Zeichnung einfach scheiße ist? Und, warte mal. Ist halt auch so klein. Da unten. Ja, leckst du mir da auf den Arsch. Ganz ehrlich, es muss Nacht sein. Also ich mach erst nochmal nur auf Nacht. Ich bin in einer ganz heißen Sache auf der Spur, Leute. Ihr müsst nur Geduld haben. Holy shit, der Typ ist weg. Jetzt wird gefightet bestimmt. Deshalb die Blutflecken, Leute. Jetzt macht alles Sinn. Was ist mit dir? Gib mir deine Rüstung. Okay. Was ist hier los? Vom Thron geht's bergab. Examine. Schieb weg. Drück Schalter. Klapp um. Ja, ich wusste es doch. Unter der Kirche. Okay. Unter dem Meer. Verdammt. So knapp. Äh. Und fast klug gewesen. Gut, dass ich aus dem Augenwinkel noch gesehen hab, dass der da nicht mehr ist. Geil. Sieht fast wie das Ende von Dark Souls 1 hier aus. Kennen die Dark Souls? So ein Klassiker. Na ja. Invaded by Swordhand Knight Anna. Okay, das ist fast schon unklar. Klaus of Knight. Scattershot throw. 110 critical. Dex-Waffe. Klaus of a bottomless black. Oh, it's right. I can escape. Wielded by Anna. Swordhand of Knight. We have a smith crypt enabling strong attack to launch all three Klaus. Darn. Das heißt, die machen auch Schaden durch Blocken. So verstehe ich das. Ganz geil. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren, die Waffe. Oh oh, das riecht nach Boss. Das hier riecht nach Boss. Wenn du das siehst, weißt du es Boss. Ich bin unter den Fingern. Warte mal. Kann ich? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Immer noch. Keine Fat Roll. Nice. Mähtür. What the fuck? Darf ich jetzt auch mal hauen? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Und er hat auch einen Nuke-Attack wie alle mittlerweile. Boah. Naja, was geht hier? Chill, Bruder. Man weiß überhaupt nicht, was hier der Damage ist oder wo man ausweichen muss. Was geht hier? Er hört nicht auf mit dieser Scheiße. Aber ich auch nicht. Da geht er down. Mehtür. Mother of fucks. Die Erinnerung der Mutter von fuckers. Stark von mir. Wo ist der Scheiß-Ponsor? Da. Der war easy. Easy. Guck mal, ich kann sogar hochleveln. Lol. Sogar zwei Level kann ich pumpen. Was machen wir? Zwei Level Arcane, oder? Oh, nice. Soll ich hier noch weiter gehen und gucken oder ist hier eh nix? Was? Wie weit geht es hier? Ah, okay. An was erinnert mich diese Stage? Ich glaube Bloodborne war es, ne? Bloodborne, dieses komische Wasservieh, wo man da runterspringt. Oder war das der DLC? Wo man da so runterspringt, hab's dann... Diese Schläuche da. Child of Cos, genau. War das nicht Child of Cos? Nee, Moment. Cos war doch der Obermacker. Oder war das... Nee, Child of Cos. Doch, ihr habt recht. Das war dieses dicke Rom. 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 Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Genau, Rom meine ich. Cos war auch am Wasser, aber... Am Strand. Aber, nee. Ich meine Rom. Okay, hier ist nix mehr. Das heißt, wir ballern uns zurück hier hin. Und... Alle weg. Oh, ich hab die Rüstung nicht gekriegt, Leute. Wo ist das eiskalte Hähnchen? Ist auch weg. Hm. Aber das erklärt nicht, warum hier rote Blutflecken waren in der Kirche, weil hier hab ich ja trotzdem nicht gekämpft. Oder die werden einem angezeigt, weil das unterirdisch zu... Mal kurz gucken. Mal kurz gucken. Ja. Das wird das glaub ich hier auch auf der Map angezeigt. Ist es immer noch Nacht? Wir machen mal explizit nicht Nacht. Nee. Wir sind weg. Moment, kann das sein, dass ich gerade gegen das eiskalte Hähnchen gekämpft habe? Das war quasi... Das sah doch aus wie eine große Hand ein bisschen, oder nicht? War das nicht das, was er, der Priester, auf dem Schoß hatte? Weird. So, Leute. Jetzt gucken wir erstmal, was wir an Belohnung kriegen. Und zwar den Staff of the Great Beyond. Hierbei handelt es sich auf jeden Fall um einen Zauberstab, wie es aussieht. Glintstone Staff. Ind 25. Ja, uninteressant für uns. Und dann haben wir noch eine Colossal Weapon, den Gazing Finger. Allerdings auch 20 Int will der dafür, kann ich gar nicht benutzen, Leute. ist auch tatsächlich eine Colossal Weapon für Mages, würde ich sagen. Ja. Ja. Also gucken wir noch, ob's. Nein. Okay. Gut, ich muss ganz kurz einmal auf die Toilette. Okay, ich muss einmal Pipi machen und dann machen wir weiter.